Ahem, Bürger Nerztariens, lauschet nun den Worten von Königin Lumina, die 23. ihres Stammes. Vielen Dank, königlicher Herold. Ich verkünde nun die Donationen des Tages. Was sind das für epische Beats eigentlich? Partypower. Wir dämmen jetzt nicht. Oh, okay. Schade. Doch, wir haben gedeppt. Yoshi. Geil, oder? Wie macht Yoshi, Celine? Wupp. Wupp. Yoshi macht Wupp. Helm! Achso, nein, Lucel, das musst du nicht sagen. Wenn, dann ganz komisch. Das muss ich nicht sagen. Das gibt gar keinen Sinn. Weil Helme, Absetzen nicht so schwierig ist, wie die aufzuziehen. Hä? Bock. 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 Oh nein. Systemfehler. Überbrückungsmusik. Allein. Alles kaputt. Hilfe. 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 Oh Gott. Toll, Daniel. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ihhh. Ahhhhhh. Bully! Oh mein Holzbein tut weh. Ahhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh. Oh Gott. Ihr seid kein Papagei, ihr seid ein Pirat. Eier. Ja, nee, ist nicht Rutschdeck. Nee, nee. Ich wollte hier sitzen. Weiß ich nicht. Ja. Wie viele verschiedene Sounds... Maybe this... Oh, Marci, dreh dich halt nicht um jetzt. Ich dreh mich nicht um. Dreh dich nicht um. Nee. Mach's halt einfach nicht. Ich will mich nicht umdrehen. Aber wie süß, ey. Schon ein bisschen putzig. Oh. Was gibt es? Was gibt es? Rap it out! Zusätzlich... Ja! Also, dann beiß dich rein. Ja, aber das Eis ist ja auch nerviger in der Hand. Du beißt in die Eiskugel rein. Das tut mir nicht eh. Ja, Eiskugel auch, aber ich meine jetzt so Magnum quasi. Aber auch bei Magnum... Absolut nicht funktioniert, Fabi. Ich lecker nicht die Schokolade weg. Sportcomputer. Was? Ist... Das nächste. Jawohl. Das ist mein Song. Impersonal. Den hab ich gestern geschrieben. Wirklich. Für euch. Nice, Mann. Spürt ihr den Beat? Nein. Ja, also wir sind ja schon bei 200... Boah. Ja! Junge! 400 Wiederholungen von irgendeiner Übung. Ja. Ja. Okay. Juck, Junge! Danke, meine Damen und Herren. Juck hat einfach... Hallo! Hallo, Mann! Ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Let's go! Nein, ich will... Wie toll ist das denn? Drache. Ein Drache? Der Silberne Drache. Wir müssen auf ihm reiten. Wo ist der? Ist er das? Ist das der Silberne Drache? Der Silberne Drache! Du musst auf ihm reiten! Der Silberne Drache! Drache! Drache hat 5 Euro gespendet. Hoffe, es geht euch allen gut. Herold, geht es euch gut? Ja! Ja, ich fühle mich... Befledigt! Wenn ihr grad einschaltet, wir sind immer so. Ich hab dich angeschmuckt, tut mir leid. Also normalerweise, ich zeig euch, ich muss nicht mal hingucken, ihr macht einfach so. Der Boss! Oh nein, oh nein, das ist richtig uncool, das ist richtig uncool, oh dein Blitz ist. Aufhören! Das war gemein! Das war wirklich gemein! Nicht schlecht! Bock! 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 Gabs eigentlich eben schon was zu essen? Ja. Ich hab noch gar keine Burger gegessen. Erst noch ne Pommes. Ist auch kein Burger mehr da, aber nur ne Pommes. Pfoten waschen und dann geht's los. Wuhuuu! Yay! Spidey, komm! Ja und jetzt bin ich hier allein oder was? Marci im Web, können 10 Euro bei der 1 Euro Challenge und Jay haut nochmal 5 Euro drauf. Und sagt, für die krasseste Woche des Jahres, Helme auf! Schöne. Bock! 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 Meint ihr, Durk kommt hoch? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie geht das, wie geht das, wie geht das, wie geht das, wir machen einfach irgendwas. Die rumhalten wir. Es war falsch rum. Los, weiter, noch mal. Dass wir alles falsch rum hatten, ist es noch. Ja, das war Konfetti, meine Damen und Herren. Marci, du kannst direkt hier weiter sauber machen. Konfetterie. Guck mal. Sellerie. 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 Ach du Scheiße. Guck mal, hier ist geklittert, vielen vielen Dank. Ich hab's eingeatmet. Meine Untersuchungen haben ergeben, dass in der Zukunft die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen auf ungefähr 1,3 Sekunden herabgesetzt wurde und dass das dazu führt, dass gerade eindeutige Signale wie das... Bok, bock, 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 wo kurz darauf spendete TomSkin fünf, zehn Euro. Ah. Kleiner 3. Drachenauge4-0 hat gespendet. Zehn Euro, die Spätschicht hält mich nicht. Danke Robobarkeeper. Wie sie wünschen. etti ног Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.